Uiuiui, nicht so einfach. Der war schwer zu kontrollieren, kurz nach dem Aufspringen da. Nochmal Haas mit relativ wenig freien Punkten nach dem Aufschlag, auch in diesem dritten. Gute Länge. Geht's aus, wie so oft, wenn Dodik spielt, der immer brav Kämpfende, der alles gibt, der so viel Herzblut hat. Und der aber häufig dann im allerletzten Moment scheiterte. Jetzt kommt ein guter Aufschlag, noch fast zwei Stunden exakt gespielt. Eine Stunde 58. Tomias hat drei Matchbälle. Kann man mal so machen zum Schluss. Zweites Ast von Haas. Also der hat sich echt am eigenen Schopf rausgezogen. Das war eine schwierige Aufgabe gegen Dodik, der unglaublich fair ist. Ich glaube, der bedankt sich nochmal für die Korrektur. Das ist auch ein so super Sportsmann. Tommy Haas steht im Viertelfinale hier bei diesem Turnier. Er hat's auch, wenn er sauer war. Wie immer, alles gegeben. Starker, starker Erfolg. Und bitte schön, verabschieden Sie mit einem vielen großen Applaus, Ivan Domi. Und bitte schön, verabschieden Sie mit einem großen Applaus, Ivan Domi. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.